Einen wunderschönen guten Metal, meine lieben Freunde! Ihr wundervollen Menschen, ich habe eine Bitte an euch. Ihr wisst, ihr kennt mich, ich bitte eigentlich nicht gerne um irgendwas, aber außer um Likes, okay, das gebe ich euch. Ich habe eine Bitte von euch. Und zwar hat mein lieber guter Freund, Mr. Lörmsk, der hat ein Videospiel-Turnier, ein Retro-Videogame-Telegame-Tournament. Und da tritt zur Zeit eins der besten Spiele der Welt an, und zwar die Fugger 2. Und ich möchte gerne, dass wir diese Wahl manipulieren. Und so bitte ich euch, geht bitte auf den Kanal. Ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken. Und bitte wählt alle für die Fugger 2. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst dem lieben Mr. Lörmsk doch ein Abo da. Ja, das ist ein ganz toller Kerl, der Herr Malz, äh, der Mr. Lörmsk. Ja, ein ganz toller Kerl, ein ganz toller Kanal, den ich wirklich empfehlen kann. Und, ähm, ja. Meine lieben Freunde, ich bitte euch, geht auf den Link in der Videobeschreibung, wählt die Fugger 2 weiter. Wir werden diese Wahl manipulieren. Lasst liebe Grüße im Video von die Fugger 2 da. Schreibt drunter, in die Kommentare, dieses, diese Wahl wird manipuliert. Äh, wir sind hier. Wir sind mehr. Mehr als mehr, ist egal. Wir sind immer mehr. Freunde, das war's schon, ja. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich danke vielmals, äh, falls ihr mir diesen Gefallen tun würdet. Und wie gesagt, lasst Herr Malz, äh, ich meine Mr. Lörmsk, gerne ein Abo da auf dem Kanal, auf dem Mr. Lörmsk Kanal. Das ist ein großartiger Kanal. Jeder, der Retro-Videospiele mag, der ist da sehr gut aufgehoben. Ne, der macht da regelmäßig Content. Und es ist einfach sehr großartig. Also Leute, die Fugger 2 in die nächste Runde. Danke euch. Liebe an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Metal Off.